Los geht's. Hast du ein Video? Ich darf hier nicht zu viel abschneiden. Nein. Meine Frau nimmt immer zu viel weg. Meine Frau denkt immer, sie macht es erstmal lieber kürzer, statt sich vorzuarbeiten. Hast du letztes Mal einfach viel drüber geschnitten? Hast du mir nicht einen Zopf gemacht, den abgeschnitten? Was? Ja? Nee. Stimmt überhaupt nicht. Das große Umstyling. Wann kommt denn das große Umstyling? Jetzt demnächst. Oh, ja. Meine Mutter traut sich auch. Aber der sitzt ja hier, weil er ein paar Haare lassen will. Ein paar Haare. Ich sitze hier für eure Belustigung. Du hast gesagt, du wolltest das. Euch macht das Spaß und dann weiter. So, jetzt muss ich die eine Seite machen. Das ist diese Langgriffe wie die hier. Danke. Gleiches Stückchen.